und meiner mittel mario master ja was ist denn beim letzten mal passiert jetzt haben wir diesen ludwig von woher herr ludwig von wo nicht so viel unterwegs mit ludwig von kuba ja ich habe mich irgendwie versprochen ich habe irgendwie im mozart von gesagt habe ich wollte eigentlich los ich habe sagen aber ja wenn wir schon mal korrigiert haben doch aufzug bringen bekommen jetzt kommen kommen wir nämlich zu dir weil ich kenne diese passage in und auswendig weil das ist nämlich die nämlich die etage die man auf der demo auf der gamescom gespielt hat und ich habe sie gespielt und es war das gefahr ihr würde das lieben ich habe es nicht so viel zu tun ich habe es nicht so viel zu tun das wollte ich mich das wollte ich platz ja 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 ich hab den hier ich hab den hier ich hab den hier oh ich hab den ok ach ich hab den hier da sind ja oben ich glaube wir sollten weitergehen ich habe es nicht das geht doch mal nicht so habe ich doch gerade aufgemacht ich habe die gerne aufgemacht treten sie ein mann erlisten muss zeige uns dein vandalisten bus das ist eben aus wie edel ratten dass eine ratte erwartet die schnappe ich mir ich habe damit was interagiert weil da vielleicht nichts ist kommen wir hier rein ich habe nichts gesehen ja hier sind wir an der stelle die man auf der gamescom gespielt hat den ven, wir müssen das mal runter woher 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 wieso ich mich nicht wieso 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 der könig offensichtlich hat hat er uns gesehen erwarte denken holen wir uns wenn wir erstmal darunter kommen machen machen wir geister super auf dem mir ist kein besseres dort eingefallen man spielt nicht mit schwertern das soll jetzt gerne in diesem kronen ich muss es dann erinnere ich mich noch besser ist da ist ein schwert juwel ich habe nicht ja aber warum gehst du denn da durch das tut doch weh ich gehe einfach die stacheln und das würde ich gut an warte ich helfe mir jetzt können wir nicht mehr zurück jetzt können wir nicht mehr zurück mann jetzt geht kein pecht er ist die schilder entfernen dann angreifen ich muss es nicht das ist gegen das ist einfach ein werfer gelacht na warte na warte niemand lacht über uns hat sie raten umgebracht hat wir hatten mit den kaputt da war einer da werde ich auf den genau gesehen ein fahrer das ist ein charme kommt auch mal weil ich jetzt nicht mehr das ist ein in lang das ist ein das ist ein die die Oh Gott. Hey. Stop, okay. So, so mehr gibt es in diesem Raum auch nicht. Aber es gibt noch einen Weg hier entlang. Ach so, ich kann das nicht machen. Das musst du alleine machen. Weil nämlich... Das ist eine Leiter. Ja, und darum geht es schon. Zeugs. Zeugs. Ich mag Zeugs. Magst du auch Zeugs? Ja. Ich mache hier in der Zwischenzeit alles kaputt. Ich muss noch ein bisschen Vandalismus betreiben. Hm, hm. Hm, boba. Springen. 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 So. So muss nicht immer die Sequenz ansehen. Warum ist aber auch noch ein Raum gewesen, wo man sparen? karte ich glaube es ist eine andere ebene ich bin nein warum da ist der packel ich helfe dir der brenner netzen jeder dass du doch an den raum erinnere ich mich auch noch gott wissen wir was ich weiß erst mal immer herunter aber so nachher so habe ich gemacht ja voll durchgeklickt durch den aufzug zum glück war es noch gar nicht hier hier sieht das ding mal an Aua, hey. Ja, man, die Mütze hat sie dir zurückgegeben. Nein, ich bin nicht durch. Au. Ah, das tut weh. Aua. Der Schmerz. Nein. Aha. Oh, okay. Oh, jetzt war's ja ganz gut. Ich hab voll verzweifelt, du kommst du mal so eine kleine Füße rüber. Ich denk so, nein. So wie Captain Hero im Rollstuhl hat er eine Treppe gesehen hat. Wie Captain Hero? Äh, Captain Hero. Ja, genau so. Nein. Und dann kann... Ich meine hier so... Erst mal kommt er so an diese große Treppe. Dann so... Nein. Und dann so geht's weiter. Nein. 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 Oh, oh. Richtig gut. Din, din, din. Irgendwann sein Thema immer so... Din, 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 din. Din, din, din. Din, din, din. Hä? Äh? Wenn das, was meine Greeks hat die Scheiße abgeguckt, habe icharta auch mitgenommen. das habe ich schon gemacht da war ein juwel drin habe ich alles schon erledigt jetzt kommen wir in den gruseligen teil hallo ab dem fisch da gehen oder sind ein total erwartet hatte ich muss muss dir helfen das los wir haben wir müssen die schnellen ja dann wird man aber ich hätte mal bestimmt sterben können ja aber das geht es so langsam selbst jetzt mehr wert und keine gefahrt ja für dich bei denen sind ja egal egal ich bin doch wieder da ich habe mich selbst geopfert ich glaube bei dir wäre ein bisschen anders gewesen ja schwerweise nicht nur du wirst er erst aufgeschlitzt und dann zerquetscht in der reihenfolge ja der reihenfolge moment mal ich muss mal was machen musikbar sein ich bin zwar ungesiegt aber ich habe viel weniger leben als gerufen warte ich helfe gleich sie erst mal ein bisschen ein bisschen loot sammeln überhaupt ja ich glaube ich bin der unter warte du musst für mich hochziehen dann kann ich nämlich das machen ja was neu ist herauskunden weil ich stunden im spiel drinnen da kann ich nicht so leicht regenerieren das war das ist eine lüge und ich kann nein wie next wie soll ich denn bitteschön liegen wenn ich mit verdammten stuhl bei mir habe ich gleich mit dem arm flattern und im stuhl mit mir umsetten ja das hat sich gerade so falsch angehört luigi sagt sagt ich sage das hört sich falsch an jetzt hast du dich erschreckt hat sich direkt wo kann denn die noch war ja es hat mich gerade geschrieben das stimmt hier also bestimmt hier was damit hier oder hier hat sie doch ja ja ich weiß auch wo es ist ist das bekommen wir gleich vor ich will aber kein hut wir sollten wir sollten eingehen guck mal wo wir sind ja renna die arena ja vorsichtig 3 mal insgesamt da können wir einsaugen das ist auch der boss den man auf die games kommen besiegen musste ich habe ihn besiegt als ich ihn besiegt habe war es mal die demos zu ende ich bin mal die buhren uns aus hier da das halte ich von euch das halte ich von euch hier und das hier auch noch und das noch hier mal fertig da ist immer noch eine reform warte ich glaube man muss sich blenden doch mehr als drei wahrscheinlich im team spiel mehr als sonst so einfach ist oder gemein einfach als der andere woche noch von ihm kommt ab und hier bin ich ja vielleicht musst du siehst du ihnen eine überziehen das ziel rüber und was machen wir doch bei der schlaufe aber ja nichts machen doch also hallo Oh, come ja? Ja, was? Hey! Ah! Malheu! Wie, wie? 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 Ja, doch seine Rüstung ist ziemlich früchig. Ja, und sein Pferd ist vollkommen kaputt. Ja, wir müssen einfach sein Pferd kaputt machen. Oh, da siehst du, es geht schon alles durchlaufen. da muss doch weh tun tut es auch ich meine ich spüre keinen schmerz die bühne uns aus können sie es wagen ich mache ich komme rein wir sind die stars in der show genau noch mal sieben nein da kommen wir wieder raus immer irgend so ein edelstein keine sorge den kriegen wir gleich hier ist der da ist er doch hey dann kommen wir wieder nach hause gehen wir wieder nach hause ich mache dir die tür auf du musst ein bisschen zurückgehen alles gleich an rein da wenn mein park über ihn begonnen haben ja und ja das heißt luigi 3 nicht vergessen dass ein like da lassen und ihr wollt es denn sonst machen wir das ja bis zum nächsten mal tschüss und